So, einen wunderschönen guten Tag Leute, herzlich willkommen zurück auf dem Kanal mit mir am Start, der Matze, einen wunderschönen guten Tag Einen wunderschönen guten Tag und herzlichst willkommen zu FIFA 18 in der neuen Runde Ja, wohl, und wieder gegen City Es hört einfach nicht auf Aber, ne Heute sind wir wieder die Dortmund da Ja, wir sind wieder zurück zu dem Wurzingen gegangen Und heute mal nicht in Gelb Ja, wir spielen mal in den Schlafumzugstrikots sozusagen Naja, passt ja ab und zu zu Meta, teilweise Oh, 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 schade Ja, wir gucken mal, was wir noch hinkriegen Ansonsten geht's leider in Liga 4 Wird's ein trauriger Jahresabschluss für uns Oh, 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 die kriegst du Jawohl, wunderbar Ah, verdammt Jawohl Oh, schade Oh, was Ah, nein, ich dachte, du läufst Shit Ich dachte, du läufst Ah, scheiße Ah, meiner Oh, ich schieße einfach mal drauf Oh, sauber Krieg da noch Der Ederson Äh Ja, gut, war auch nicht Ja, ich dachte, einfach mal probierst du Ah, der war schön Der hat er gepasst Ja Haben wir eine Ecke rausgeholt Ja Wunderbar Na, kriegst du noch weg da? Nein Ja, wunderbar Ich muss sagen, was bei dem Lust Das weiß ich leider auch nicht Oh, 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 Mist, der war doof Nein Der geht auf meine Kappe Ja, da wollte er aber angeschnitten haben Naja Immer heute reinzirkeln hier Hätte er fast noch den Zerni irgendwie Hast du richtig gesehen? Ja So Ich mach mal, ich mach mal Ich geh wieder in die Mitte hier So Wunderbar Hurra In der Ja Nein, doch Schade Hat er nicht behalten Das war sehr ärgerlich eigentlich Oh, 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 schade Nein, dass er sich zu viel gedreht Ah, nicht, nicht rauslaufen Wir machen das schon Ja Schon wieder so lange her, weißt du Naja Jetzt erst mal wieder die Die Grundsteuerung hier reinkommen Und ab geht da der Aubameyang Jawohl Oh, zur Not Nein Ah, was macht er? Mich kundig schon mal, scheiße Oh, deiner Ist ja wohl In die Mitte, in die Mitte spielen Jawohl Wunderbar Oh, schön gesehen Jetzt könnte es gefährlich werden Oh, oh Oh, schade Oh, aber hat er noch ungekretzt da oben Oh, wunderbar Na, könnte Geld geben sogar Gibt auch Für Mandy Benjamin Mandy Ich glaube, wir haben kurz oder Komm ran Ah, nee, so ungekretzt da oben Bis vorne ran laufen Dann verstehe ich gar nicht warum So, dann schick mal, schick mal, äh, schick mal, ähm Ansonsten machen wir hier, weil hier ist Raum, weißt du? Ja, genau, genau Genau Dann Auf geht's Oh, jawohl, jawohl Oh, schade Oh, nein Das war auf einmal wieder zu viel Raum Ja, lass mich nicht laufen Ja, wunderbar Was? Was? Das war ein normaler Zweigkampf Oh, Schiri, ne? Ich wollte da zu schnell Ach, schade Ach, schade Ach, schade Ach, verdammt Hast du Ja, so Ritter Rätsch da aber auch um hier Ach, schade Ah, ach, was Ja, wunderbar Hat er sich selber gelegt So Nein, voll Ja Habe ich gesehen Aber hat mich leider Und noch fair gestoppt Hier Das gibt's doch Gar nicht Mach gleich hier Oba, schick Jawohl Wo ist Jawohl Ah Shit Weil, äh, es müsste meiner Aber ich Nein Nein Ach, verdammt Ja, der hat rum Und ich bleib hier an den Ja, kriegst du doch Das muss ich haben, ja Ah Oh, ein Oh, was war das? Oh, was ist Ball los Voll ins Gesicht Oh, Gott, wo ich ja den verzieht Alter Aber der Abschluss Viel zu schwer Weiter 0,00 Kuki was ist denn das ich weiß nicht okay ich eigentlich auch nicht ich habe wieder am regler gespielt ja ist wahrscheinlich sehr lange dauert ja kommt auch das gute warte ein bisschen schon oben oben jetzt kannst du ja ich wollte eigentlich ganz nach oben spielen aber wieder so angeschnitten wer zu verhindern gewesen egal weiter ja gut das willst du machen wenn die von hinten schießen das kostet mich tierisch an immer dieses angeschnitten drecks gut das machen wir auch aber und das ist glaube ich wir wollen die ball einfach ins tor tragen so möchte werden würden wir uns über diese toren die aufringen wenn es bei uns auch da aber die richtung am arsch nein also klar wird man sich verarschen dann soll er da rumhängen wie er will da ja perfekt ja eigentlich gleich weg das war so geil auf einmal macht er einen schritt zurück warum zurück was macht er jetzt mit dem torwart wenn man jetzt verarschen sagt man klar eigentlich und nur provozieren hier was kein fall doch kein karte was so eine karte anscheinend nicht schade er perfekt aber steht leider versuch mal rüber auf reuss ich weiß aber nicht ob es klappt nachdem ist die auf der weg zu tor ja kurze ecken und jetzt war nicht so eine annahme pastor aber die sind noch nicht stark deswegen ist der ärgerlich kann man sehen mit welcher aufstellung die spielen du kannst es sehen ich nicht ich guck das immer nur bei der bewertung also wir spielen ja so eher breiteres vorne die sind ja wie alle komplett in der mitte zusammengepackt so egal jetzt reißen wir es hier daran und er läuft durch gott sei dank behindern die sich selbst das gibt schon ja passt doch ich drücke passen und er passt nicht darüber ist es doch ja nein man muss es nicht weiter und stelle ich wieder so an unglaublich sind sie genug an raus was macht er ich habe noch gedrückt da nimmt er noch als schuss ja ja kriegst du kriegst du kriegst du am besten nur lupf oder und jawohl schade warum kriegt er den ja nicht nein ob dann hier unten ja krieg ich die noch der cd was ich kann das auch so jetzt aber zu machen war irgendwie war ich habe ich habe ganz ich schütze ich habe die ganze zeit gedrückt man er hat nicht geschossen ohne scheiß glücker glücker ja ich habe ich habe ich habe ich flanke gleich weil sonst hat er mich hier wohin der flanke kameras ach der ball ist weg gibt es jetzt einen gegen hat den jetzt kannst du dein ernst schade ach 9 wie freist der denn oh gott sei dank gott sei dank ich nehme mal den götze raus irgendwie fällt er nicht auf hier und das müssen wir ja tun ja wieder gleich zu macht da meine ich glaube ich habe ich jawohl nein was machst ihr spielte mit der mit der schulter oder was du traumtänzer nein was ist denn los mit dem ich verstehe es nicht doch das mache ich hasse das ja das ist doch echt ist doch kein fifa spielen ehrlich nach was ja ja kommen ja muss man nicht pfeifen das war doof das war doof da hat er unbeschreiblich ja komm jetzt läuft er mit dem tor los behindert also klar ist nach oben spielt kurz schade was hast du aber verdreht sich auch nicht und jetzt sind noch acht minuten zu spiel naja ja wo sind wir zu mir ach du wichser ist das ernst oder was die verwarnung unfassbar schicken versuchen am besten wir hier in der mitte irgendwie zu spät zwischen machen da ach man ja kommt dadurch so jetzt wenigstens unentschieden der läuft auch nicht los ja die unter ich höre noch aufgestiegen zu sein oder so meinst du weil die in auf spielfeld die ranten die anderen aus wechselspieler war ja ist doof echt egal weiter die spiele haben wir noch wenn wir sie jetzt den gewinnen sind wir bei der liga ging es mir leisten das nächste muss ein sieg dann ansonsten sind wir schon abgestiegen gar nicht wir haben noch ein spiel haben wir noch für so aber wir müssen drei spiele definitiv jetzt gewinnen genau von den vieren die statistik ja wir haben sind so lange kein spiel mehr gewonnen das ist unbeschreiblich naja das ist echt traurig schon fast ja und das sowohl wir sind theoretisch haben es so gefeiert dass wir in liga 2 gestiegen sind aber ab dann ging es echt so mit negativ lauf ehrlich übertrieben egal gehen wir es an drei siegen müssen her